zehn lange jahre geht nun dieser wahnsinn zehn verdammte jahre das grab unserer jugend unserer zukunftsperspektiven und unserer hoffnungen niemand hat uns darauf vorbereitet auf diesen eisernen willen der gu und auf die macht der regierung welche das team tactic immer wieder angreifen lässt und nun versuchen beide seiten doch in wirklichkeit nur noch mit einem blauen auge diesem konflikt zu entkommen immer mehr selten und freischäler schließen sich der gu an in der hoffnung auf ruhm oder was auch immer nicht mal das ende von general bertel konnte diese verblendeten stoppen und die tt man stopft eben noch mehr geld in diesen sinnlosen kampf um nicht geschlagen vom feld zu gehen noch mehr seelen für general tech aber immer mehr zeichnet sich ein höhepunkt des konfliktes ab und die führung der jeweiligen gegner streben den sieg an massiv aufgerüstet stehen sich erneut in projekt gegenüber um den ruhm für sich zu beanspruchen wir werden sehen wer dieses mal die nase vorne haben wird rettet unsere seelen die schlacht steht an möge der bessere gewinnen und auch